Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Bahnkrafts. Technisches Video, da ist ja immer sehr sehr viel Arbeit drin und da will ich auch gar nicht so lange rumsabbeln am Anfang, aber wie ihr es gesehen habt, schon am Titel, es geht heute um Beam-Maus. Also wir reden hier vom Panzerkampfwagen 8, damit wir in der Reihenfolge auch richtig sind und wir reden auch von einem 188 Tonnen schweren Monsterpanzer, der, ich sag mal, aus einer Idee geboren ist, wo man eigentlich mit normalen Maßstäben schon hätte sagen müssen, was für ein Schwachsinn. Aber gut, das Ding wurde gebaut, es gibt dazu eine Entstehungsgeschichte, es gibt da Prototypen, es gibt da tatsächlich auch noch ein Exemplar, das den Krieg überlebt hat und zwar in Russland, in Kubinka, da kommen wir aber noch zu, aber dieses Ding ist wirklich der Wahnsinn und das werden wir jetzt in den folgenden 10, 15, 20 Minuten, je nachdem, mal beleuchten und auch ein paar Bilder dazu zeigen. Ich hatte mir ganz fest vorgenommen, da mal hinzufahren nach Russland, nach Kubinka, allerdings ist so ein bisschen das Problem aufgrund meines Dienstes, also was ich so tue in den Streitkräften, kann ich nicht einfach nach Russland reisen und mir da irgendwas angucken. Das ist ein bisschen schwierig, deswegen warte ich bis zu meiner Pensionierung und dann werde ich auf jeden Fall rüberfahren und wenn ich dann noch YouTube-Videos mache, nehme ich meine Steadicam mit und dann kriegt ihr ein richtig cooles Video über dieses Panzermuseum. Bis dahin muss ich euch natürlich vertrösten auf ein paar Videos zu dem Thema und ein paar Bilder, aber wir wollen jetzt mal einsteigen in dieses Fahrzeug, also so gut es geht und uns mal anschauen, was die da für ein riesen Apparat zusammengezimmert haben. In diesem Sinne würde ich sagen, schneidet euch an, wir legen los. So, dann gehen wir mal ran an Speck, also der Panzerkampfwagen Maus. Jetzt müssen wir am Anfang beginnen natürlich, also um diese Entstehungsgeschichte dieses, und ich sagte es schon, 188 Tonnen schweren Kampfwagens verstehen zu können, ist es natürlich elementar, sich mal mit dieser, ja ich würde sagen, kruden Gedankenwelt Adolf Hitlers, aber auch seine Entscheidungen, also diese Entscheidung, die er getroffen hat und welche Informationen ihn beeinflusst haben, zu verstehen. Also er, also Hitler, war überzeugt, dass auch in einem modernen Krieg die Phasen des aktiven Kampfes und es auch Phasen der Regeneration und in diesen Regenerationsphasen natürlich Fortentwicklung von Technologie und Taktik geben würde. So, daraus resultierte seine Ansicht, dass es ein, ich sag mal, natürlicher Zwang war zur ständigen Weiterentwicklung auf eben diesen Feldern. Also das ganz kurz gesagt, man sollte nicht stehen bleiben, so, der Panzer ist gut, den behalten wir jetzt, wir wollen immer noch einen Schritt weiter gehen. So, um jeweils zu beginnen, einer neuen aktiven Phase mit Waffen aufwarten zu können, die, ja den eigenen, also besser als die eigenen sein sollten und aber auch fortschrittlicher und weiterentwickelt als die des Gegners, da musste man natürlich die komplette Panzerentwicklung im Dritten Reich betrachten und hier auch die Gesamtheit und dann war es natürlich nachvollziehbar und auch folgerichtig, dass sich im Kriegsjahr 1944 die Waffensysteme immer verbessern mussten. So, wenn wir uns die Entwicklung anschauen, auch mit den Gewichtsklassen, dann gehen wir mal heran, also wir haben hier den 43, den Panther mit seinen 44 Tonnen, dann kurz darauf der Tiger 1 mit seinen 57 Tonnen, dann kommt irgendwann der Tiger 2 mit 70 Tonnen und jetzt kommt schon die Maus mit 188 Tonnen. So, wichtig ist aber auch hier, dass Hitler überzeugt war, also er war davon überzeugt, dass Ende 1944, aber sicherlich 1945, also 1945, die Sowjetunion an Panzern arbeiteten, die 150 Tonnen und mehr wogen. Woher die Informationen kamen, das ist nicht gewiss, aber er war der Meinung, die würden solche Fahrzeuge ins Feld führen und wenn man dann mal zurückschaut, 1922 hatten die Franzosen schon den Char 2C, das war auch schon ein 70 Tonnen Panzer, produziert. Jetzt müssen wir nochmal zurückschauen, also die Panzerprojekte als Deutschland und Russland, die Sowjetunion noch nicht im Krieg waren, das war ja eine Kooperation von deutschen Firmen und deutschen Konstruktionen, da haben die Russen schon an Festungspanzern gearbeitet, wie auch immer die aussehen sollten. Ja, dann gehen wir mal an die Chronik ran, also die Chronik der Entwicklung. So, hier im Folgenden soll kurz mal der Ablauf der Entschlussfindung zur Entwicklung und dem Bau des heute als Maus bekannten Panzers anhand der relevanten Besprechung mit, beziehungsweise vor Hitler als finalen Entscheidungsträger chronologisch dargestellt werden. Diese Aufzählung, die haben wir aber stark vereinfacht und soll eigentlich nur in so einer Art, ja, Form von Schlaglichtern einen groben Eindruck dieser hochkomplexen Entwicklung vermitteln. Also immer, wir gehen hier an Daten ran und dann immer nächster Schritt, nächster Schritt. Fangen wir mal an am 29.11.41. In einer Besprechung der Reichskanzlei zwischen Hitler und unter anderem Professor Ferdinand Porsche, da wird Porsche angewiesen, einen überschweren Panzer zu entwickeln. Wobei die eigentliche Ausführung durch die Firma Krupp erfolgen soll. Bei Krupp allerdings arbeitet man zu dieser Zeit bereits am Projekt eines überschweren Panzers im Bereich von 70 Tonnen. Also wir reden hier von dem Projekt VK7001 Löwe. Löwe, da klingelt es natürlich bei den World of Tanks Spielern. Was man aber wissen muss, ist, dass der Löwe in seiner Größe schon am 4. Oktober 1941 gefordert worden ist. Und dieses Fahrzeug sollte auch schon eine 12,8 cm Kampfwagenkanone bekommen. Gut, gehen wir weiter. 5.03.42. Da gab es eine Weisung an Krupp zur Einstellung des 70 Tonnen Projekts, also der VK7201, zugunsten eines 100 Tonnen Panzers. Ich denke mal, der erste Schritt ist getan. So, 14 Tage später. 21.03.1942. Porsche erhält den Auftrag zur parallelen Entwicklung und Vorlage eines Erwurfs für ein 100 Tonnen Panzer. Zwar unterzeichnet Hitler im Mai einen Erlass zum Verbot von Doppelentwicklung in der Rüstungsindustrie, welche der neue Reichsminister für Bewaffnung und Munition, Albert Speer, entworfen hat. Diese hat allerdings keine Auswirkungen auf die Arbeiten an dem als Mäuschen bezeichneten Projekts. So, weiter im Text. Drei Monate später, also wir sind hier schon am 23.06.42. Im Rahmen einer großen Rüstungsbesprechung legt Professor Porsche die ersten Konstruktionszeichnungen seines Mäuschens vor. So, woraufhin Hitler eine Erhöhung der Dicke des Wannenbodens auf 100 mm verlangt. Weiterhin wird entschieden, als Bewaffnung eine 10,5 cm L-70 oder 15 cm L-37 vorzusehen. So, der Einbau einer 7,5 cm Waffe als Sekundärbewaffnung bezeichnet Hitler als unnötig, da der Überschwere Panzer im Einsatz durch Begleitpanzer unterstützt werden würde. Okay, das kaufe ich natürlich. Der Professor Porsche sagte dann die ersten Versuchsfahrzeuge für Mai 43 zu. Also das ist mal eine Ansage. So, was man wissen muss bei dieser Besprechung war auch der Eduard, nicht Eduard, Entschuldigung, Edward Grote dabei. Das war ja der, den wir schon mal gehört hatten, der an diesen Großkampfwagen der Sowjetunion gearbeitet hat. Ja, scheinbar war Hitler begeistert und stimmte der Fertigung von Entwurfsskizzen zu für ein 1000 Tonnen Panzer. Und hier reden wir von der Geburtsstunde der Ratte. Soll aber nicht Thema hier sein, das kommt ein anderes Mal. Zu erwähnen ist hier aber auch noch der Dr. Hacker. Das war der Chefkonstrukteur der Steyr Daimler-Puch AG. Der sollte mit Grote eigentlich zusammenarbeiten bei diesem 1000 Tonnen Panzer, aber das ist nicht bekannt, ob das wirklich passiert ist. Ja, eine Besprechung jagt hier die nächste. Wir sind jetzt schon im Dezember 1942 und an diesem Tag, also am 1. Dezember 1942, trugen einmal der Dr. Müller von Krupp und der Professor Porsche natürlich bei Hitler vor und sie bestätigten, dass im Sommer 1943 die ersten Versuchsmuster geliefert werden könnten oder fertiggestellt werden würden. Um noch einen draufzuwerfen, wurde hier eine monatliche Fertigung von 5 Fahrzeugen festgelegt. Ich meine, bei dem Materialverbrauch, das soll man erstmal schaffen. Und wieder ein Lieblingsthema von Hitler war natürlich die Bewaffnung. Die wurde dann nochmal besprochen. Es ginge hier auch um Durchschlagsleistung. Also wurden hier nochmal die 15 cm Kampfwagenkanone L38 im Vergleich mit der 12,7 cm Marinekanone und der 12,8 cm Flak 40 angesprochen. Ja, und wie das immer so ist, mit zwei verschiedenen Bereichen oder zwei Männern, die um die Gunst des Führers buhlten, gab es hier Vorlagen einmal von Krupp und einmal von Porsche. Also hier mal die Vorteile von dem Krupp-Entwurf. Ein besseres Lenkverhältnis hatte der Krupp-Entwurf. Er war nicht so breit. Das war wieder was für den Bahntransport Wichtiges. Diese geringere Breite wurde aber dadurch erreicht, dass es keine Laufwerkpanzerung gab. Und dass man Verladeketten nutzen musste. Wir erinnern uns an dem Tiger 1. Da brauchte man tatsächlich diese Verladeketten. Es wurden aber auch natürlich aus dem, ich sag mal, bewährte Komponenten aus anderen Fahrzeugen übernommen. Also beim Tiger 2 zum Beispiel wurden einiges an Innovationen übernommen, die für den Krupp-Entwurf ausschlaggebend war. Kommen wir natürlich zu einem leidvollen Thema in dieser ganzen Panzerbaugeschichte. Und zwar ist der Antrieb immer das große Problem gewesen. Und das ist jetzt auch meine Meinung, dass alle deutschen Panzer untermotorisiert waren. Und das sehen wir hier auch wieder, weil ein Hauptproblem des Krupp-Entwurfes stellte die Bereitstellung eines adäquaten Antriebes dar. Zwar sollte die Krupp-Maus mit 130 Tonnen deutlich leichter ausfallen als die Porsche-Maus. Jedoch sollte bei der Porsche-Maus das von Professor Porsche bevorzugte diesel-elektrische Antriebsverfahren zum Einsatz kommen, was die Schwierigkeiten mit dem enormen Gewicht nicht löste, aber vereinfachte. Letztlich kam zunächst ein benzinelektrischer Antrieb zum Einsatz, da ein passendes Dieselaggregat nicht zur Verfügung stand. Der Krupp-Entwurf sollte möglichst viele Komponenten des Tigers B, also des Tigers 2, übernehmen. Weshalb man bei Krupp dazu überging, die Bezeichnung Tigermaus zu verwenden. Also wenn ihr mal Tigermaus hört, dann wisst ihr jetzt, wo das herkommt. Unabhängig von der Zahl der tatsächlich übernommenen Teile, wollte man so vermutlich auf diesen offensichtlichen Vorteil hinweisen. Also immer ein Hauen und Stechen zwischen den Konstrukteuren. Eine Vereinheitlichung der Baugruppen war besonders dem Leiter der Forschungsabteilung Oberbaurat-Diplom-Ingenieur Niekamp ein großes Anliegen. Nächster Schritt, Januar 1943. Also wir sind hier am 3. Januar 1943. An diesem Tag, was auch immer ihn dazu bewegt hat, entschied sich Hitler für die Porsche-Maus bei gleichzeitiger Erhöhung der zu erreichenden monatlichen Fertigung auf 10 Fahrzeuge. Das muss man sich mal vorstellen. Anfang Februar 1943 fiel die Entscheidung für die Bewaffnung, also endlich mal, mit der Variante der 12,8 cm Flak 40, die als Panzerjägerkanone KWK 44 bezeichnete Waffe, war aber diese, also diese war identisch mit der späteren im Jagdpanzer 6, also im Jagdtiger verbauten Kanone. Ja, und Pläne, Pläne, Pläne. Es gab natürlich Pläne für den Einbau einer längeren Variante, also einer L61 bzw. L70 und auch Pläne für einen Einbau einer 15 cm Waffe. Aber das war nur Planung. Ja, die Gruppeentwürfe bildeten später unter speziellen Umständen die Grundlage für den E100. Was, das sprechen wir jetzt nicht an, aber wenn man sich die E-Reihe anschaut, das ist auch sehr interessant. Dann vielleicht machen wir da extra noch mal was drüber. So, mittlerweile sind wir im Mai 1943 angelangt, also 14. Mai 1943. Springen wir mal nach Rastenburg ins Führerhauptquartier, denn hier wurde Hitler erstmal ein Holzmodell in der Größe 1 zu 1 vorgestellt und ein kleines ferngescholltes Modell der Porsche-Maus. Was wir hier mal hervorheben möchten, ist ein noch erhalten gebliebener Tagebucheintrag von Albert Speer, also der Rüstungsminister, da zeigt man klar auf, wie die verschiedenen Verantwortlichkeiten zum Panzer Maus standen und wie es zur Weiterverfolgung des Projektes P-1000 Ratte kam. Wie gesagt, Ratte ist nicht heute unser Thema, kommen wir aber noch mal zu. Ich lese mal hier die gekürzte Zusammenfassung von Speer vor. Zitat Albert Speer. Hier wurde ein Holzmodell eines 100-Tonnen-Panzers vorgeführt. Niemand von der Panzertruppe wollte ein solches Monster, das die Kapazitäten für sieben Tiger kostete. Ich war mit Porsche, Guderian und Zeitzler übereingekommen, uns hier zu skeptisch zu zeigen. Als Hitler von Porsches nüchterne Antwort, dass man so einen Panzer sicher bauen könnte, enttäuscht schien, da schritt der Sauer ein und dann ging es plötzlich um die Kampfkraft eines 1500 Tonnen Panzers. Als ein hochdekorierter Oberst der Panzertruppe, also Oberst Friedrich Holzhäuser, Ritterkreuzträger übrigens, Einwände vorbrachte, wurde er von Hitler barsch belehrt. Eine Folge dieser Vorführung war der Wegfall der Verteidigungsflammenwerfer an den hinteren Ecken des Panzers. Zum Panzer selbst, der Porsche Type 205 Maus bestand dann aus der Panzerwanne mit Fahrwerk und allen Antriebskomponenten und dem Turm mit einem Korb, der die gesamte Bewaffnung und einen Teil des Munitionsbestandes aufnahm. Das Fahrwerk bestand aus 24 Rollwagen, also 12 pro Seite, mit je vier Laufrollen. Leitrad vorne und Triebrad am Heck, über welche die 1,10 Meter breiten und jeweils aus 56 Gliedern bestehenden Ketten geführt und angetrieben wurden. Die Wanne teilte sich in vier Hauptsektionen auf. In der Bugsektion befand sich mittig das Abteil für Fahrer und Funker. Rechts und links davon befanden sich die beiden je 1600 Liter fassenden Tanks, also wahrscheinlich Reichweite 10 Kilometer. Nein Spaß beiseite. Eine in die Rückwand eingelassene Tür erlaubte den Zugang zum dahinterliegenden Motorraum. Es folgten der E-Maschinenraum mit dem LK1000 und 122000 Doppelgenerator von Siemens Schuckert, gefolgt von der letzten Sektion. Hier befand sich mittig die Bremsanlage, rechts und links davon die Fahrmotoren, welche über die Vorgelege auf das jeweilige Triebrad wirkten. Der im hinteren Drittel der Wanne aufgesetzte Turm lief mit Hilfe von drei Paaren von sogenannten Tragrollen auf dem Schwenkbahnring. Das Turmschwenken erfolgte grob über den elektrischen Antrieb und anschließend fein per Handrad. Das Höhenrichten erfolgte ausschließlich per Handrad. Der Turm konnte manuell um 6 mm abgesenkt werden, was ihn in Verbindung mit der in der Drehkranz integrierten Dichtung und den drei Zurpunkten für die Unterwasserfahrt abdichtete und beim Marschfahrt ein Abheben des Turmes verhinderte. Er trug die 12,8 cm Hauptwaffe sowie eine kohexiale 7,5 cm Kampfwagenkanone 44 links und rechts eine in der Höhe separat richtbares MG 34. Im Turmheck befand sich ein Munitionsvorrat von 25 Schuss aus der zweiteiligen 12,8 cm Munition sowie 50 Schuss 7,5 cm. Weitere Munition lagerte in der Wanne seitlich im E-Motorenraum. Insgesamt waren 61 Schuss 12,8 cm und rund 200 Schuss 7,5 cm vorgesehen. In beiden Turmseiten war zunächst je eine Schießöffnung vorhanden, auf diese wurden aber nach Tests verzichtet und sie wurden verschweißt. In der Turmrückwand befand sich eine größere Luke mit integrierter Schießöffnung. Sie diente der Munitionsbeladung. Alle Optiken wurden durch Öffnungen im Turmdach geführt, wo sich auch die einzigen beiden Luken befanden. Auch im Dach war die sogenannte Nahverteilungswaffe eingebaut, ein kleiner Werfer für Nebel, Rauch und Signalgranaten. Die größte Herausforderung des Projektes stellte der Verbrennungsmotor dar. Porsche wollte einen Dieselmotor. Jedoch stand kein passendes Aggregat zur Verfügung, was zum Einbau eines DB509, einem auf dem DB603 basierenden Benzinmotors, mit 1250 PS in das erste Versuchsmuster also V1 Maus 1 führte. Beim V2 Maus 2 war der DB517 Diesel vorgesehen. Um den enormen Kraftstoffbedarf zu decken, der Panzer verbrauchte und jetzt aufpassen zwischen 1400 und mehr als 3000 Liter auf 100 Kilometer erhielt der Motor V1 ein 1000 Liter Zusatztank am Heck. Dieser sollte beim Anmarsch leer gefahren werden und konnte von der Besatzung mittels Bodenzug von innen abgeworfen werden. Also quasi so wie die Zusatztanks bei Flugzeugen. Ein weiteres Beispiel für die geringe Praxistauglichkeit des Riesenpanzers stellte das Konzept zur Gewässerüberwindung dar. In Anbetracht der Tatsache, dass viele Brücken die Maus nicht tragen konnte, war für das Überwinden von Flüssen die Tiefwart vorgesehen. Und jetzt kommt es aber, da man auf die Entwicklung der dafür erforderlichen Teile und den Zubehör verzichtete, war dann geplant, dass die Maus im komplett abgedichteten Zustand den Fluss nur mit abgeschalteten Motor, also nur mit elektrischem Antrieb durchquert und dann über eine zweite Maus am anderen Ufer über ein Kabel eventuell versorgt werden konnte. Somit hätten theoretisch jeweils zwei Mauspanzer ein Gewässer überwinden können. So nach all diesen technischen Daten kommen wir mal zu den Prototypen und was aus ihnen geworden ist. Also die beiden Mäuse und ich nenne es mal ihr Schicksal. Am 24.11.1943 war die Fertigstellung der ersten Maus bei Altcat im Werk 3 in Berlin Spandau auf der Freiheit 16-17 abgeschlossen. Die Werksmannschaft war derart gespannt darauf zu erfahren, ob das Ungetüm tatsächlich in der Lage sein würde oder sich von der Stelle zu bewegen. Dass ein von Minister Speer erlassendes Verbot zur Erprobung ohne dessen persönliche Erlaubnis kurz an ignoriert wurde, war dann eben so. Nachdem auch die Wachmannschaft überzeugt war, begann also die erste inoffizielle Probefahrt des größten je gebauten Turmpanzers auf dem Gelände der nahegelegenen Trabrennbahn Ruhleben. Nach einigen weiteren nun offiziellen Probefahrten verlegte er dann noch mit einer Turmattrappe aus Beton versehene 205-1 zur Versuchsstelle für Kraftfahrt kurz Ferskraft nach Kuppersdorf. Um eine schnelle und sichere Versorgung mit Ersatzteilen während der Erprobung sicherzustellen wurde die Erprobung nach Böblingen in die dortige Panzerkaserne verlegt unter anderem Standort der Panzersatzabteilung 7. Das war dann auch nur noch 30 km vom Porsche Stammwerk entfernt. Die Verlegung per Bahn auf dem eigens für die Maus entwickelten 14-achsigen Tieflader dauerte drei Tage da diverse Brücken und Tunnel umfahren werden mussten. So weiter geht's. Nach der Fertigstellung am 22.2.44 traf die Wanne des 2. Maus 205-2 am 01.03.44 noch Turm und Motorlos in Böblingen ein. Zur Entladung und Verlegung wurde der 205-1 als Zugmaschine eingesetzt. Am 09.04.44 wurde der erste Turm geliefert und umgehend eingebaut in 205-2. Beide Mäuse verlegten vermutlich im Spätsommer 44 zurück nach Kummersdorf. Ja wie das immer so ist, das exakte Schicksal der beiden Mausfahrzeuge ist bis heute umstritten. Der jetzt im folgenden geschilderte Ablauf, das ist wahrscheinlich das was passiert ist oder der am wahrscheinlichsten. Also im Spätsommer 44 verlegten beide Mäuse zurück zur Versuchskraftanstalt nach Kummersdorf und wurden weiter erprobt und ausgerüstet. Wobei 205-1 keinen Turm erhielt, sondern weiter die Attrappe behält. Auch gab es Nachweise, dass die Maus 205-1 für Beschussversuche genutzt worden ist. So weitere Vermutungen also im April bzw. Ende April Anfang Mai wurde Fahrzeug 205-2 in das sogenannte Stammlager Zossen verlegt. Ja mit dem Befehl vom 16. Februar 45 hatte man aus den Fahrzeugen und dem Personal der Heeresversuchsanstalt Kummersdorf die Panzerabteilung Kummersdorf aufgestellt. Ja jetzt geht es in den Bereich Mythen und Legenden, also ob die Nummer 205-2 zum Kampfeinsatz gebracht werden sollte oder nicht. Das musste jetzt, das muss offen bleiben. Genauso wie die Frage, ob dort ein technischer Defekt am Fahrzeug vorlag. Fakt ist auf jeden Fall, der 205-2 wurde auf dem Gelände des Stammlagers Zossen gesprengt und dort von der Roten Armee gefunden. Der 205-1 wurde auf dem Gelände der Verskraft, also Versuchsstelle für Kraftfahrt Kummersdorf gefunden, ebenfalls gesprengt, aber äußerlich intakt. Die Rote Armee tat natürlich jetzt folgendes. Sie nahm die Turmatrappe ab und ersetzte diese durch die nur teilweise beschädigte Anlage bzw. den teilweise beschädigten Turm von 252 und das alles transportierten sie am 4. Mai 1946 in die Sowjetunion. Somit ist die Aussage des Panzermuseums Kubinka, also heute Patriot Park Kubinka korrekt, dass man den ersten gebauten Turm auf der ersten gebauten Wanne hatte oder hat. Neben den zwei fertiggestellten Exemplaren fanden die westlichen Alliierten bei Krupp in Essen noch mindestens drei Türme und zwei Wannen vor. So und wer jetzt meint, der fährt nach Munster und guckt sich das Ding an. Also wir reden hier immer von der Kubinka Maus und das auch aus dem Grund, weil, und jetzt kommt es, die einzig noch existierende Maus steht heute in Kubinka Russland. Das ist das ehemalige Panzermuseum und seit 2015 ist das ehemalige Museum Teil des Park Patriot. Eine ungewöhnliche Mischung ist das hier aus Militärmuseum und Erlebnispark. Was man auch von diesem Konzept halten mag, ja die Modernisierung dieses Parks war, ich nehme mal an, für viele Fahrzeuge die Rettung, weil mit dem alten Konzept werden die wahrscheinlich alle ja irgendwie verkammelt und so wurden die Fahrzeuge halt gerettet. Ob dieser Tarnanstrich historisch korrekt ist oder nicht, das steht auch in den Sternen. Ja, das war natürlich ein ganzer Haufen an Informationen und ich muss immer sagen, wenn ich das hier alles einspreche oder so, da sind immer so ein paar Sachen, die ich auch nicht wusste oder bis dahin nicht wusste und da muss ich wieder ein großes Lob aussprechen an den Alex, der da ganz akribisch diese ganzen Informationen zusammenträgt. Auch wenn da vermeintlich gar nichts ist, findet er trotzdem noch was und natürlich wieder an den Dustin, der sich ein Gesetz hat und alle Sachen zusammengeschnippelt hat, damit das Video auch vernünftig technisch in Ordnung ist. Ja, also ich würde sagen, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was die Maus ist. Das nächste Projekt, das wir uns vorgenommen haben, ist die Ratte. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Das ist natürlich nicht zu verwechseln mit diesem Superpanzer, den ihr bei den Avengers mal gesehen habt, von der Hydra. Ich mache jetzt hier so einen kleinen Ausflug, aber da werden wir auch noch beigehen. Also wie gesagt, das war die Maus. Jetzt wisst ihr erstmal Bescheid, was die Maus ist und ich würde sagen, das sollte es auch gewesen sein. Das reicht auch Informationen. Sollten wir irgendwo einen Zahlendreher haben oder wie immer einen kleinen Fehler gemacht haben oder ihr wisst es tatsächlich besser, dann bitte Bescheid sagen, schreibt es in die Kommentare und wir hauen das natürlich in den Fehlerteufel. Wir sind natürlich auch nicht perfekt. Ich würde immer sagen, wir bauen ein paar Fehler ein, um zu kontrollieren, ob ihr auch wirklich genau aufpasst. Nein, machen wir natürlich nicht. Danke, dass ihr dabei seid. Bleibt gesund, schaut wieder rein und auf bald. Danke. 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 Vielen Dank.